Es verpasst meinen Tod, Alter. Hallo Freunde, durch diesen schönen Ausblick an hier. Sommeranfang in Deutschland. Wahnsinn. Ein Traum. Besseres Wetter als in Italien. Wirklich. Besser als im Finale. Ja, heute geht es auf wunderbare Trails. Schöne Trails. Natürlich wieder alleine. Die Porsche hat keine Zeit. Genau. Nein, keine Lust. Es wird ihm zu warm heute. Ja. Wir trinken ein kleines Bier. Das ist das Wichtigste heute, glaube ich. Natürlich alkoholfreies Bier. Wir haben trotzdem besoffen worden. Ja. Ansonsten Dämpfer hast du wieder getauscht. Ich habe ja wieder meinen Keul reingemacht. Gestern die Tour. Ich war nicht so zufrieden. Ich bin ein Keulfahrer und bleib Keulfahrer. Ja, ich bin auch nicht mit der Sepp so warm. Das ist eine gute Gabel. Auf jeden Fall. Aber wenn du einmal Öl ins Gefahren bist du verwöhnt. Bist du verwöhnt. Ja. Also fällt mir noch schwer. Aber ich kann vorne nicht Öl ins fahren und hinten nicht Rockshocks. Das geht nicht. Da kommt mein Kopf nicht drauf klar. So. Bis gleich. Auf den 3 Helds. So. Story. Story. Ne. Guck da. Bleibt stehen. Ich weiß nicht warum. Was mache ich jetzt? Gar nichts mache ich da. Guck. Leute. Ohne Story. Bleibt stehen. Ja. Jetzt soll ich 4G. Jetzt müsstest du eigentlich gehen. Ja. Einfach mal lassen. Ja. Einfach mal lassen. Auflassen. Guten Morgen. Wir sind heute unterwegs. Dritter Tag. Ab morgens Mitch nicht mehr da. Deswegen habe ich Freischein von Frau. Also Frau. Du guckst ja auch unsere Videos. Danke. Danke. Ja. Wir sind heute im schönen Wald wieder. Natürlich im Wald. Weit weg von zu Hause. Weit, weit weg von zu Hause. Unsere Brosche. Ja. Das geht gar nicht weiter. Der Brosche hat keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit nicht. Keine Bucke hat er. Keine Bucke hat er. Ja. Mir ist es ehrlich. Äh, sie ehrlich. Die Brosche hat keinen Bucke. Egal. Wir fahren erst mal. Morning in the morning. Ich glaube, ein bisschen was passiert jetzt. Wir sind heute unterwegs. Dritter Tag. Jetzt ist er halb. Ab morgens Mitch nicht mehr da. Jetzt habe ich auch schon zuvor. Das ist genug gehört hier. Gut. Äh, warte. Jetzt können wir. Los. War auf mich zu ärgern. Ja, gib Gas. Wir müssen noch warm werden. Ja. Fein Satralien! Oh, ein dicker Drop! Hier ist noch einer! Der ist auch schon nicht schlecht! Der ist auch schon nicht schlecht! Der ist komplett nass! Der war gut! Ein bisschen Abwechslung wieder drin! Du musst mal eine Gefädelein ein bisschen schwicher machen! Der ist zu stark! Nur vorne! Ich bin erstaunt, wie gut der Reifen geht! Wieso? Specialized ist eine Weltmarke! Ja! Bekauft euch Specialized Reifen! Oder lieber nicht! Lass die Finger davon! Ist nichts für euch! Das ist scheiße! Fahrt lieber Schwalbe! Oder Maxis! Oder Conti! Lass die Specialized Reifen für mich auf dem Markt! So, auf geht's! Wir sind so blau 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 wie der Ozean! Wie der Ozean! Wie der Ozean! Wie der Ozean! Scheiße! Gladw intelligence! Mandation! Algun verstrebtige K selber! Gilbert Albert! S single der Ozean! Bel liberal! Er ist kein blieuer, Los Angeles! Der Bitsch ist noch nicht blau genug, Alter, das ist... Leute, ihr seid weggeflogen. Du Lappen! Was? Nee, geht nicht, Alter. Schön gelegen hier, der guckt euch das gerade an. Schön um den Baum gewickelt, irgendwie. Boah, ich gucke mal hier, ich bin wie ein Schwatti. Fuck, ist gut gelegen jetzt hier. So, wenn man abgehen konnte hier, keine Ahnung. Hallo, kann man wieder drauf? So, weiter geht's. Hoppala! Hoppala! Oh! Richtig das? Denk ganz schief ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, das wird zu viel. Ruhe! Ja! Ja! Oh! 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 Oh, meine Bremse! Junge, ein ganz schöner Crash war das jetzt hier. Zum Glück bin ich blau. Hab nichts mitgekriegt davon. So, ein bisschen runter. Alles klar. Ich komme! Ich komme! Ja, das, Alter. Genau das ist passiert. Bin abgekommen. Irgendwie. Weiß ich auch nicht, was passiert ist. Guck mal, wie ich aussehe, Alter. Ich hab mal den Säcke geflogen. Boah, ich habe Aua gemacht, glaube ich. Guck mal hier, die ist auch kaputt gegangen. Hier ein Stein zwischen, hier habe ich Aua, hier. Ah! Boah! Warum? Da war doch nichts. Weiß ich auch nicht. Aber steil. Finste? Ja, der ist sehr steil. Junge, da muss ... Ah! Hat er gelegen, guck mal. Zeigt er noch nicht. Nein. Ja, guck, guck, guck. Ih, was ist das? Ja, siehst du, hast du gelegen? Am Baum oder so hast du gelegen. Ih, hier läuft irgendwas aus. Läuft nix aus. Was ist denn da drin, Alter? Nee, das kommt nicht runter. Wie! Was ist da? Ich weiß es noch nicht. Alter, hast du Kaugummis eingepackt? Wieso hab ich denn die Kaugummis eingepackt? Weiß ich noch nicht, mach sie weg! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Ruig. Ich will nicht die Scheiße! Jam, nimm den, nimm den! Was ist mit dir? Nimm den doch, Alter! Komm, fahr! Nicht immer gucken, einfach fahren! Nicht immer gucken! Vielleicht kommt ein krasser Jump, keine Ahnung, wer denn springt. Hier, hier ist er! Hier ist er! Der krasseste Jump ever, ey! Die Landung ist voll nah an Dingens hier dran! Boah, Katastrophe, das Ding, ey! Jedes Mal stehen wir vor und denken uns, hm, wer macht das, Alter? Aber der ist entschärft worden. Ich weiß nicht. Nee, doch, 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 der ist ein bisschen runtergelassen worden. Ja, aber Junge... Ey, ohne Scheiß! Ja, der ist... Aber muss einen haben, der vorfährt, der die Geschwindigkeit hat. Ja, aber du brauchst doch nicht schnell sein. Ja, der muss doch nicht schnell sein, ganz genau. Na komm! Boah, Junge, Alter! Du wirst doch verstehen! Was? Ja, ja, ja! Guck! 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 Ah, mein Krieg, mein Kräuter im Wandel! Das war da oben lang. Ah, ne, stoppte, genau. Ja, weiß ich nicht, was der Bursche uns da gezeigt hat, Alter. Die sind hier gefahren, hier war die Jägerstelle. Genau, abgesperrt, ne. Ich geh mal gucken, was da oben ist. Kennt der Bursche, bin ich noch gar nicht hier. Ne, die Bursche, nicht unser Bursche. Die Bursche. Hm. Hm. Nö. Das leunt nicht. Das leunt sie nicht. Ich fahr mal hier runter. Komm, fahr. Boah, Junge. Wie ich... Boah. Scheiße. Ich hab mich fast getötet, Alter. Hab mich fast getötet. Ab jetzt kein Bier mehr, Alter. Boah. Hab mich fast getötet, ey. Für einen Zunahmeabgrund war ich. Bitte? Zunahmeabgrund. Ach so, nachst du meinen... Boah, ja. Oh, Junge. Fast getötet, Alter. Ab jetzt gibt's kein Bier mehr für mich. Ich auch nicht, was ich muss gucken. Scheiße. Leute, trinkt kein Alkohol. Beim Fahrradfahren. Wo seid ihr gerade in Bayern? Schreibt Flo B. Flo B., wir sind nicht in Bayern. Sorry. Äh, hier ist richtig. Ja. An der Mühlwiese. So, weiter geht's. Wir sind noch ein bisschen blau. Nur ein bisschen. Mir im Schiff gar nicht. Okay. Dann gucken wir mal. Wichtiger Lameboy. Wichtiger Lameboy. Wo ist der Drop hin, Alter? Der Drop ist weg. Oder warst du der Kleine jetzt gerade? Warte. Mir fallen die Kontaktlinsen raus. Ja. Kaufst du eine Brille, Alter? Ja. Hast du jetzt was zu meckern gehabt? Du hast gebremst. Ein bisschen, weil da Leute waren. Die haben mich irritiert. Aber ich bin geflogen. Du bist geflogen. Du bist nicht geplumpst. Du bist geflogen. Ach! Ach-chef! Jo, Alter, wir hätten nach Heu reingelegt. Was? Ne, heute nicht. Der Brosche macht keine Pflege für uns hier, die Brosche, unsere Brosche. Geht mich fast, ne, hier war das gar nicht. Letztes Mal, wo ich hier war, hat nicht fast ein Auto mitgenommen, aber es war ein Andertrail. Akku wechseln. Juhu. 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 Ja, vom Bett runter. Juhu. 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 Ja, 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 ja. Boah, so ein Gerutscher, Alter. Und schon wieder am Boden, Alter. Ach, ich bin schon mal ein bisschen, ne. Scheiße, Alter. Ich hoffe, wenn wir zu Besuch zurück sind. Ah, ich mach ein Nickerchen, Alter. Oh, der Lappern fährt einfach weiter, Alter. Der guckt nicht, wo ich bin. Der guckt nicht, wo ich bin, Alter. Richtiger Penner, Alter. Ich hab keine Kraft mehr, ey. Keine Kraft mehr, ey. Jetzt ruft er an den Lappern, Alter. Ah, ja, 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 ja. Aua, Kopf, Kopfschmerzen. Mein Schaltwerk, oh nein, mein Schaltwerk. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und Lenker schon wieder kommen. Ich muss, ich muss Spacer tiefer machen, ey. Ich muss, ich muss, ich muss nicht gehen, Alter. Ich muss, ich muss nicht gehen. Ich muss nicht gehen, Alter. Alter wie Sau ey Ich hab dich mal ein bisschen ausgesucht Yo, hier Alter, was passiert? Weckerutscht Anlieger Wegwache, Alter Alles gut? Ja War's gut, Jungen Dank meinen Protection Puh Ich hab auch keine Kraft mehr Okay, fertig, Alter Abbrechen Wir sind fertig für heute Drei Tage Immer, was haben wir gemacht? 35 Kilometer Minimum 1500 am Freitag 1670 1670 am Freitag 1400 gestern Also Samstag und heute Sind wir auch nochmal 1500, 1500 haben wir jetzt Bereicht Ich hab erstmal genug Jetzt erstmal chillen Ausruhen Das ist erstmal Aus deinem Mund höher, Alter Das freut mich Hä? Hä? Das ist dann auch Jetzt irgendwann alleine grinsen Das war im Finale auch Ich hätte auch Hätte ich da so durchgezogen, Alter Hätte ich mich da auch gemaut Weil die Konzentrationen jetzt nach Aber ich hab nichts gemerkt hinter mir Ich hab immer nur Ich hab gar nichts mehr 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 Ich hab gar nichts mehr